und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge meintest und diese folge warum bauen wir erst mal hier die dinger ich baue erstmal nur eine reihe weil zum arbeiten hier macht sich hier der kleine trappe wirkt tatsächlich erst mal von vorteilen von daher hat man mit meinem typen hier los so ein alter lief mich einfach wollte er das nutzer die einfach hier lang ziehen gelassen dass mich durch den arzt so die probleme ich brauchen war dich brauchen war ich brauchen war das heißt zu allererst konnte mich hier unten das kabel land was so jetzt müsste als nächstes würde ich gerne auf der höhe von meinem kopf ist jetzt das ding kommen das heißt darüber das ding oh oh Ah, das ist gut. So. So. So, dann so. 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 Und so. Juh, haben wir das schonmal. Als nächstes. Wir können erstmal die Dinger hier. Na gut, das sind ja gar nicht so glück gewesen hier. Ach, jetzt doch. So. 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 ich muss nur dafür sorgen dass ich also wenn ich jetzt so stehe ist das hier null grad die sind jetzt 90 grad und ich muss gucken dass ich nicht mehr als 45 grad schräg stehe weil sobald ich mehr als 45 grad schräg stehen also so hier was ich mich in die falsche richtung und zwar so das ist aber was ich gerade gedreht haben wollen muss ich halt immer darauf aufpassen dass ich wirklich halt mehr in die richtung stehe als in die richtung setz hau meintest works verstanden hat eigentlich ganz cool ganz simpel aber ja das war es der letzte sich verkackt hier aber ja klar so und an denen der kommt jetzt das jahr da war es doch dort ewig ein motorisches meisterwerk hier jetzt brauche ich erst mal die zweite reihe zweite steine reihe hat er kann sich als cool aus so jetzt kommt hier ein genau eins lang ich überlege gerade was wir eigentlich am ende damit den 00 an machen also mit den 0 prozentigen ich meine ich könnte natürlich an der meinte überlegt die waren ja auch mit zurückgeführt über den über den roten kanal trotzdem würde ich gerne als sicherheit da wir sagen alles was anders ist kommt noch blau würde ich trotzdem gerne hinten wieder eine kiste stellen wo wenn ihr doch irgendwas ins system reinkommt was hier nicht rein gehört da für die welche rohre zum platzen bringt sondern wirklich hinten wieder eine kiste kommt einfach wieder als sicherheit maßnahme das konfiguriert wird wieder das anstrengendste weil vom problem ist um die ganzen sachen zu konfigurieren brauchen wir die items ja erstmal das wird spaß das heißt also wir brauchen sowieso hinten die kiste wo der herrte scheiß rauskommt weil solange die konfigurieren können weil wir die items noch nicht hatten ja kommt der hatte scheiß dann erstmal hinten in die kiste das heißt ich mach den direkt ja genau genau hier ist dann auch einfach wieder genauso wie bei allen anderen alles andere geht nach blau und das blaue geht dann einfach hier so rum und geht dann nach vorne in einer kiste wir brauchen ganz schön viele rohre kann das sein ich glaube nicht aber wir haben wir haben noch genug platz und weitere rohre zu bauen weil da was ein verbrauch das alles ist ok 100 haben wir noch ich hatte doch nicht alles mitgenommen ok das ist ein verbrauch also ich denke ich meine holzkisten mitnehmen zwei abgeschlossen drum müssen wir noch haben aber habe ich letztens reingepackt das ist wieder unsere müllauffang anlage bzw brauchen wir eigentlich gar nicht weil ich möchte nämlich das gerne so bauen dass wir hier vorne eine kiste haben ungefähr so man kann bei den kisten die items glaube nur seitlich rausziehen das heißt hier oder hier muss ein direktor reich sein eben die anderen die anderen pipes da kannst du keine sachen nur reingehen soweit ich weiß ähm gut dann müssen wir die kiste also doch eher so hier hinstellen immer sie doch hierhin so optik ist wichtiger als andere Ja es ich 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 so das heißt es kommt dann einfach alles hier in die kiste genauso wie alles was hier irgendwie zurückkommen sollte da kann ich gar nichts zurückkommen er meint genau jeweilig hier raus gefischt wird nämlich wirklich nur 0,7 und das war's das heißt genau ich brauche noch mal abzweig so aber hier müssen wir noch solche richtung tubs rein also waren welt dinger acht stück vollbrechen das heißt meine idee war quasi ich glaube ich muss jetzt so rumstehen genau und hier muss ich jetzt so rumstehen und hier die hochkant geht glaube gar nicht da muss ich also mit dem schraubendreier rotieren wie habe ich einen über wir hatten noch genau 33 gebaut oder 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 was noch was eine gerade zahl falls zwei waren nee wieso habe ich einen über und hier fehlt einer das hat einiges so das heißt hier kommt ausschließlich 0,7 wird hier raus gescheucht konnte nicht hier über die die kiste kiste geschickt und alles was irgendwie an müll oder sowas entsteht weil wir halt noch nicht die sachen haben um die einzusortieren kommt ihr über die pipe auch in die kiste so meine idee das ist eigentlich voll clever wir werden natürlich wieder am anfang so lange wie wir noch nicht alles konfigurieren können ob die erstmal alles zurück in die kiste und also so lange wie wenn wir eine menge hier manuell einsortieren dürfen aber da wüsste ich jetzt nicht mit dem vorgreifen könnten gut das heißt brauchen hier noch ein injektor zum glück haben wir noch welche aber ich brauche trotzdem noch mal neun einfach weil ich das gut bewährt hat nehme ich da gleich ein stack weiß oder nee item 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 die sache ist natürlich auch ich habe jetzt überhaupt kein puffer das heißt die dinger sind wirklich darauf ausgelegt dass wir hier nicht zu viel mit einmal reinschmeißen das heißt wir dürfen hier maximal immer ein stack mit einmal reinschmeißen also ein stack von von uran nicht einen von uran blöcken ja ansonsten ist nämlich der 0,7 überlastet und das würde daraus darin resultieren dass die dass die pipe über den 0,7 halt explodieren würde so über hier noch diese ruhe installieren so 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 für den schleich modus hier ich weiß noch als ich früher also früher bei den allerersten tastaturen so als noch so klassische computer waren da hat man immer das problem dass man wenn man bestimmte tasten gedrückt hat gleichzeitig dass er noch mal der rechten herzinfarkt bekommen hat einfach aufgrund dessen wie ich das die tastatur intern gearbeitet hat und heutzutage ist halt überhaupt kein problem mehr gerade mit gaming tastaturen kannst du wirklich beliebige tasten gleichzeitig drücken was natürlich sowas hier wie das was ich gerade mache natürlich viel einfacher macht weil das nicht drauf aufpassen muss dass du die tasten nicht drücken kannst dann ist schon geil so okidoki ich würde erstmal sagen alles wird auf blau augenliege stellt lacht erstmal dafür dass alles direkt straight zurück in die kiste gelangt und dann wie gesagt wird ein kasten nacheinander konfiguriert beziehungsweise wir können gleich zwei machen weil wir da mal ein server dies und ein niederwertiges ausgeworfen ja das ist schon geil eine sissi fürs arbeit hier holy shit warum brauchen wir diese anlage noch mal ich hab keinen bock mehr ich sollte euch langsam mal zur ruhe setzen ich werde so alt wie die scheiße vor allem müssen wir kontrollieren ob jetzt alle noch richtig konfiguriert sind okay so die 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 aber jetzt können wir in der nächsten folge den ersten testlauf machen eigentlich muss ich auch noch überall schilder ran machen der einfachheit halber also eine schilder hier drüber klatschen damit wird der gleich von anfang an weiß was das für welche sind das macht das ganze noch mal ein bisschen einfacher so die anlage nur anschließende wir müssen noch noch die mv kabel nach unten verlegen und das mesokon kabel nach oben verlegen das fehlt ja auch alles noch so alles schon mal richtig konfiguriert erstmal zuerst erstmal alles grundlegend konfiguriert so dass die anlage für sich erstmal funktioniert auch wenn sie noch nichts sinnvolles macht aber sie funktioniert zumindest erstmal ja wobei eigentlich gar nicht weil da fehlt noch ein injektor und der injektor bräuchte auch ein mesokon signal so kommen wir den schon mal hier hin bauen und mit mesokon an die anderen dinge anbinden sieht auch nicht ganz gut aus jetzt muss man gucken an welcher stelle wird das mesokon also ich meine mv kabel hätten wir hier schon mal das heißt können wir nicht einfach eine steigleiter machen die frage so kommen wir günstig an einem mesokon signal ran oder zeugen weil ich für das mesokon signal hier unten selbst könnte ich auch machen haben wir noch mal haben noch so komische plant plant da jemals was wir machen blicke plant da ich hätte aber gerne so eine liga ne ist doch praktisch aus ach ne rote danke so und fragmen easy mv kabel haben genau so da können wir die blicke plant gleich optisch schön hinten rein klatschen und da oben das ding durch gleich als anschluss kommt so hoch so noch ist alles hat kein netzwerk ist bereit cool das heißt jetzt ist die anlage betriebs bereit auch wenn sie gesagt noch nichts sinnvolles macht aber wir laufen müssen schon mal da ist das geil gut damit mal sagen können wir nächste folge anfangen wobei ich würde gerne noch gerne wieder mal die schilder machen hier ein paar holzschilder das können wir hiervon machen haben wir noch ein paar schilder nehmen brauchen wir dafür wahrscheinlich ganz viel holz und viele sticks wobei holz haben wir gar nicht mehr so viel was die hat haben wir liebiges holz nutzen dann nehmen wir natürlich auch liebiges holz nutzen können nehmen wir natürlich dieses hässliche kiefern holz da haben wir und von und profit keiner so gut so viel schilder brauchen wir jetzt auch wieder nicht by the way eigentlich aber jetzt 33 also 11 haben wir doch noch ein bisschen holz über so 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 ich weiß gar nicht wie die knochen mit männern packe aber ja haben wir verkaufen irgendwie die knochen immerhin gepackt wir hatten ja hier werden wir noch massig extra okay gut dass wir haben auch tonklumpen wir haben also wieder alles überall weil ordnung wie sie so dass man weiß man nicht mehr davon hat man nicht mehr da eigentlich brauchen wir erstmal gar nichts mehr wir sind und heute fertig als auch noch für die schilder wobei einfach zu vorn rein geklappt an die rote für sie wird irgendwie ein bisschen hässlich aus na das ist schon fast günstiger die ehrlich sagt hier an zu klatschen kommt man immer noch eine dinge ran so aber wenn ich die dinge hier so freuen und klatschen ist schon hässlich aus wir können manche schilder doppelt platziert werden möchte ganz kurz die ich habe genauso viel doppelt platziert das immer noch genau aufgereicht hat so ich mache ja komm 0,0 prozent 0,0 prozent mehr warum sieht so hässlich aus ist noch nicht richtig das ist doch kacke was das für ein bullshit ich bin gar nicht die richtigen schilder kann es sein aber es gibt es hier bloß die hier und die hier die haben gar kein rezept warum haben die kein rezept kann es sogar sein dass es die wand die ich selber am spawnpunkt verkaufe weil die ja eben die Ich bin chemierend. Äh, da. Nee. Aber... Hm, da muss ich hier nochmal zwischen den Folgen hier, als ob ich gerade noch mal einen Lahn ranhängen, für die Schilder. Ich hab Glück in diesen... Über diese ganzen kaputten Rezepte... Ähm, wie soll ich das Spiel beendet? Egal. Auf jeden Fall, bis zur nächsten Folge. Ja. Ja.